und herzlich willkommen zu jörn schaas feinen podcast episode 362 ich bin jörn schaar und ihr seid es nicht die herzdame ist wieder dabei wie angekündigt wie versprochen regelrecht und wir haben feedback bekommen auf unsere urlaubs folge ja nämlich von flo aus wieze der schreibt schön zu hören was ihr so im urlaub erlebt hat ich bin gerade mit meiner frau und tochter auch aus dem urlaub gekommen vom bodensee nach elf stunden fahrt inklusive zweieinhalb stunden warten und service durch den adac ätzend aber jetzt zu eurem bekannten arnd ich als kloppenburger im exilien wc lebend kann der museumsdorf these aber sowas von bestätigen gefühlt war ich seit der grundschule bis stand jetzt zum 40 lebensjahr hunderttausend mal dort anfangs mega interessant aber wenn du schon bald jeden grashalm persönlich mit namen begrüßen kannst ist es zeit dort nicht mehr hinzugehen schöne grüße aus wieze dem ort der ersten erdölbohrung ps wir haben hier auch ein erdölmuseum zwinkie zwonkie wurde das mit dem adac schreibt ich habe also ich weiß gar nicht worüber wir letztes mal geredet haben hast du dir über unseren urlaub hast du die adac sache erzählt mit dem autoschlüssel ich weiß nicht ob wir das erzählt haben du hast es auch nicht beim podstock musste der adac kommen weil ich es irgendwie geschafft habe unseren autoschlüssel im kofferraum einzuschließen ja ich habe das auto entriegelt weil ich irgendwas rausholen wollte und habe weil ich beide hände voll hatte mit hundeleine und dem was ich in kofferraum tun wollte den schlüssel nur kurz in den kofferraum geschmissen und während ich die kofferraum klappe zufallen ließ hörte ich wie das auto sich verriegelt und der schlüssel war drin und der zweitschlüssel lag da wo er hingehört nämlich eine frage kam die erkenntnis dass der schlüssel im auto lag gleichzeitig mit dem verriegelungsgeräusch also war so ein klick und gleichzeitig so ein klick in deinem kopf oder weiß ich nicht mehr ich also normalerweise gehört der schlüssel ja entweder in die hand oder in eine tasche in der hosentasche gehörte normalerweise rein und wahrscheinlich habe ich erst gemerkt dass er nicht da ist als er nicht da war und also in dem moment wo ich in die tasche gegriffen habe weiß ich aber auch nicht mehr jedenfalls adac man war da hat die scheibe ja voll immer wieder erzählt wie wie sicher dieses modell von passat ist was in anderen kontexten total beruhigend ist aber er hat echt lange und alles versucht dieses auto aufzukriegen inklusive lockpicking und hat dann im endeffekt mit einem sehr langen draht durch die hintere seitenscheibe in den kofferraum geangelt und musste da natürlich erst mal ein bisschen was zur seite räumen was wir da so drin hatten selterflaschen schuhe socken ne gummistiefel nicht die lagen in der anderen aber auch socken gekauft für unseren urlaub unabhängig voneinander jeweils ein paar sechzehner socken du kannst du kannst auch nicht im podcast erzählen dass wir einfach socken kaufen anstatt zu waschen socken verschwinden socken gehen kaputt und dann haben wir halt socken gekauft aber halt nicht einer von uns sondern wir beide jeweils und ich habe für dich welche aber gekauft ja ja weil du immer meine socken anziehst ja das stimmt das ist mein ding gibt zusammenhängen du darfst dich übrigens nicht einen millimeter bewegen weil der hund hat sich gerade quasi in deinen schreibtischstuhl rein buxiert ja das kann ich ich sag's ja nur und dann sind wir ja und jetzt schließen wir an an unsere letzte episode den urlaubs sommerpausen rückblick den wir in husum ja beendet haben und dann noch mal spontan nach römen gefahren sind warum sind wir noch mal nach römen gefahren weil meine bekloppte schwester mit ihren wunderbaren kindern da war ja und den pferden und den pferden genau da standen wir auf dem familiecamping in toftum ich liebe meine schwester übrigens sie ist bekloppt ich liebe sie ja entschuldigung gut wir standen da ich möchte nicht dass da das hier ein falscher eindruck ja 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 meine schwester hat unseren alten wohnwagen bekommen und dann standen wir mit dem neuen wohnwagen neben dem alten wohnwagen das war irgendwie schön ja und es war es ist ein sehr lebhafter campingplatz auf dem wir da waren ja also auch sehr unkompliziert ne so im sinne von ja danke für eure ankunft fahrt einfach rein überall da wo der platz nicht als besetzt markiert ist dadurch dass vielleicht jemand einen stuhl aus seinem wohnmobil da gelassen hat oder eine stange mit einem das ist ein festes system glaube ich tun diese eisenstange wenn du wenn du reservierst dann tun die eine eisenstange in den in die wiese da ist irgendwie so ein bisschen flatterband dran aber dich macht das fertig wenn man keinen festen platz zugewiesen bekommt oder nö ach es war einfach so so ungewohnt einfach fahrt einfach rein ist ungewohnt ist auch egal war schön es gab waffeln ich habe ja über dich gelernt auf räumen dass du ein bisschen zwanghafter bist als ich in den letzten 13 jahren so dachte ich liebe dich völlig zu recht ich bin nämlich super super zwanghaft willst du das noch elaborieren nein jetzt musste aber weil die leute fragen sich oh gott oh gott was ist los mit ihm ich habe das schon wieder vergessen im detail aber du wirst ja irgendwie nicht so der hund macht geräusche du bist ja nicht so darauf klar gekommen wenn dinge dann anders sind als sie eigentlich sein sollten mit der was war das mit der abreise weil man bis 11 uhr vom platz sein muss ja eigentlich und in deinem kopf ist glaube ich so dann muss man bis 11 uhr vom platz sein sonst ich weiß nicht sonst passiert irgendwas sonst geht die alles alles geht durcheinander und da bin ich einfach weil wir wollten mit meiner schwester noch zum mittagessen und mit den kindern weil mein zauberhafter neffe auch schon ein bisschen terror gemacht hat als wir angekündigt haben dass wir vielleicht nicht mehr zusammen mittagessen und ja dann habe ich auf jeden fall an der rezeption gefragt ob wir später raus können und die waren so ja kein problem zahlt einfach schon ihr könnt dann irgendwann raus fahren dich hat es bisschen fertig gemacht ne hippie kram es war ja alles abgesprochen ja hippie kram so geht das doch nicht ja ich war ein bisschen ich war ein bisschen schockiert es war einfach das ist so wenn wenn da irgendwo steht schwarz auf weiß bis 11 uhr muss man vom platz dann muss man bis 11 uhr vom platz und sonst explodiert dein kopf ja mach mich fertig wie haben wir das so lange miteinander ausgehalten bis jetzt mit sehr großer anspannung ich bin vulkan ja im geiste sozusagen ja aber ich plan immer alles um das ist das was ich meine ja 3800 kilometer sind wir gefahren in den vier wochen wir haben 75 gigabyte durch den giga cube gejagt und das war ein sehr toller urlaub das datenvolumen vom giga cube ist sehr kauf neues ja aber wie viel das ganze das ganze ich trottel habe gedacht wir kommen mit 10 gigabyte über anderthalb urlaubswochen das war sehr naiv über anderthalb urlaubswochen ja aber du musstest die ganze zeit youtube videos gucken und ich abends noch mit den mit deinen jitzy freunden stand ich ja nein nein du musst das ja also insgesamt waren es 75 gigabyte wenn ich schlau gewesen wäre hätte ich noch irgendwie die letzten zehn die noch aus diesem ganzen gedöns übrig waren hier irgendwie also ich hätte den giga cube noch mal anmachen können um diese zehn gigabyte abzuarbeiten denn jetzt aber leider bist du nicht schlau und zuhause haben wir ja auch ja ja aber das spart ja nicht also ja wir haben halt dafür bezahlt das ist wieder so eine sache oder wir hatten besuch von daniel warte mal wir haben zuhause internet das ja das ja nicht aufgebraucht wird also wir haben ja genug internet immer aus und das datenvolumen vom giga cube ist es ist aber schon bezahlt ja und jetzt meinst du wir hätten hier den giga club aufstellen sollen ja um das aufzubrauchen aber welchen unterschied macht es ja es verfällt ja dann aber es hätte ich auch 15 gigabyte nachkaufen können statt 25 es ist ja so als wenn man hatte ich brauche ein gutes beispiel jetzt einen großen wassertank hier hat und wir haben also 1000 liter wassertank oder so und der ist immer voll also so ist der immer voll wenn der 1000 liter fasst ist er dann immer voll ja weil wir keine 1000 liter brauchen in dem zeitraum für den wir 1000 liter haben und dann hast du im wohnwagen noch ein glas wasser über und du sagst ein bisschen übertrieben von den größenverhältnissen aber das stimmt und du sagst dir so im wohnwagen steht das wasser das ist ja bezahlt ja das kann man doch dann trinken das müssen wir jetzt in diesen teilen ja warum denn nicht weil wir 1000 liter wasser haben ja wir haben auch das fenster aufhört man übrigens hier war kein sauerstoff mit ich habe den ganzen tag hier gelegen und kein netflix könnt ihr uns bitte schreiben wie ihr darüber denkt weil ich mache mich fertig ja apropos netflix wir haben gotts favorite idiot geguckt eine miniserie unter anderem mit acht nicht zwölf folgen ich habe schon wieder vergessen ich habe seitdem glaube ich drei andere miniserien durchgewincht ja auf jeden fall geht es um einen typ der von heute auf morgen also ist auch ein ziemlicher langweiler und er wird kriegt auf einmal die information du bist jetzt ausgewählt story of your life gottes boote auf werden zu sein dankeschön naja und er soll halt irgendwie die voll die botschaft gottes und die verbreiten und so die apokalypse verhindern und das ist ziemlich witzig das ist das was ich was ich noch erinnere aus der serie leider kannst du jetzt da nichts weiter zu ergänzen weil du noch weniger weißt ja aber das beste ist ja wir hatten besuch von daniel ja das war super also das war sehr kurz bisschen kürzer als wir uns das so überlegt hat ja also es war dann hier kommen einfach mal wieder ja negativen test ja es ist ja mit negativen test angereist ist ja das was schade war dass er dann auf einmal nächsten morgen positiven test hatte und haben wir schon genug über räumen geredet weil wir haben nur gesagt dass wir da waren du musst vielleicht doch schöne sachen erzählen früher hatten wir eine struktur ja aber du gehst immer so schnell von einem thema wir hatten früher eine struktur in unserem podcast das königliche wir wir haben eis gegessen und hast du hotdogs gegessen natürlich habe ich ein hotdog gegessen du warst dabei ich war noch mit meinem ich hatte so ein eis kennt ihr diese bubble waffeln wenn nicht ich weiß nicht mal ob ich es jetzt empfehlen soll also bubble waffeln sind ja so ein trend gerade ich glaube ich gibt es an ich glaube an vielen orten weil es gibt sogar ein turning deswegen denke ich das ist auch an anderen hippen orten außerhalb dänemarks und nordfries es ist einfach eine waffel also eine richtige waffel aus dem waffel eisen mit so bubbles wie du guckst und das ist dann die waffel für das eis und es ist gigantisch viel essen und ich kann ich kann schon viel essen aber das war echt weil die aber auch eine unnatürlich große kugel daimler kritz eis da rein getren haben die brauchte daimler kritz das ist ja noch mal und es gab ja drei sorten lakritz eis es gab drei sorten lakritz eis verdammt ja ich hatte mit dem hund draußen gewartet und mir das gar nicht selber ausgesucht meine schwester und meine nichte war war so du willst das essen okay holt mir das dieses bubble waffeln mit eis war jedenfalls gigantisch und ich hatte vorhin das gegessen es war quasi mein frühstück und mir war so schlecht hinterher weil ja auch immer guff mit drauf muss ja keine ahnung was guff ganz genau ist es ist so ein schaum und es ist sehr lecker und man muss es auf eis essen es gibt das nur dummerweise sehr selten südlich der dänischen grenze ja gut dass wir bald wieder nach dänemark das stimmt ja aber röm für die von euch dies nicht kennen ist wirklich sehr sehr schön ist die dänische insel kurz hinter der grenze oder halbinsel es gibt halt einen damm so dass man mit dem auto rauffahren kann es gibt riesengroße strände wo man auch mit dem auto drauf fahren kann und es ist ganz schön ja kommt uns besuchen dann fahren wir mit euch nach römen darf ich alle podcasthörer von dir hast du gerade ein land das ist ja schneiden und dann sagst du wieder warum hast du das nicht drin gelassen gartenkram fragezeichen habe ich mal mit fragezeichen drauf geschrieben weil ich nicht sicher war ob wir irgendwas dazu erzählen wollen wir haben halt unseren garten angefangen mal wieder in ordnung zu bringen unser garten ist basically so ein dschungel und wenn wir gartenarbeit machen ist es nicht so dass ihr euch vorstellen müsst dass irgendwas hinterher schön aussieht sondern ist schon gar nicht wir schweißen unsere angesichter ja ist schön sondern eigentlich geht es halt darum das aller wildeste was überall wuchert halbwegs zu bändigen und meine jitzy freunde und freundinnen lachen jetzt schon weil ich sie jeden abend im jitzy vollgeheult habe mit diesem brombeer hacken diese scheiß brombeeren brombeeren sind echte stachelige vollidioten die einfach nur rumfugern und keine früchte bringen das schlimme ist genau dass wir noch nicht mal brombeeren also früchte haben dieses jahr nur gestrüpp matria hat aber gestern abend gesagt dass die auch zweijährig sind aber ich meine dass wir sonst immer brombeeren hatten aber wir haben die wahrscheinlich weil wir die einmal ganz zurückgeschnitten haben waren die so so jetzt machen wir erstmal ein bisschen fläche jetzt erstmal fläche machen und dann am arsch hier früchte für euch ist nicht ja irgendwie sowas ja und wir müssen ja vor allem den garten angehen und es ist auch alles eine wiese also überall sind entweder brombeeren oder ein meter hohes gras oder rasen wiese sind ja also weiß nicht ob es einen unterschied gibt zwischen rasen und also rasen und ist ja glaube ich die darstellungsform sozusagen rasen ist das nicht was wir haben gräser die bei uns wachsen wiese sagen die wiese ist auch ein bisschen eskaliert und wir müssen ja platz schaffen im garten weil in drei wochen ist deichpot deichpot meldet euch an auf www.deichpot.de das passwort ist dasselbe wie letztes jahr letztes jahr gab es kein deichpot letztes mal es hat einen kleinen anfangs buchstaben und zwei s damit weiß jetzt jeder bescheid ich denke nicht aber ihr könnt uns auch anschreiben wenn ihr noch bock habt wenn ihr noch bock habt zum deichpot zu kommen ist es einfach eine gartenpart jeder der den podcast hört weiß was das ist oder ich habe schon mal über deichpot gesprochen ja dann schreibt mir auf twitter das wird auf gar keinen fall eskalieren hier eskaliert gar nichts das ist ein sound effect den man immer mal wieder hört in allen möglichen das ist mein beruf den man immer mal wieder hört in film und funk und fernsehen nämlich immer dann wenn irgendwas so lächerlich ist das ist also so eine verballhornung von einem spannenden dramatischen moment und dieses musikstück das heißt shock horror a wusste ich bisher gar nicht ich habe immer gedacht das heißt dam 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 und in dem was dachtest du wie das heißt dam 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 und in dem podcast 20.000 hertz hat sich eine britische journalistin auf die suche gemacht nach dem ursprung dieses sound schnipsels und es ist eine ganz tolle erzählte geschichte dies als podcast episode gibt und ich rate dringend dazu sich das anzuhören denn es ist wirklich toll du bist auch wirklich toll jörn okay tschüss tschüss philips outro steht da alle kinder alle leute wissen wer da spricht ja das ist jön schaaf und wir sind es nicht ja das ist 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 ja das